ich hab das tor mal aufgeschlossene das ist sehr gut dass du mich jetzt besser ja so leicht ja ich muss vor schreien hier ja das wie komisch ne das so ich habe eine Böne zu spüren mit dir alles klar das war ich klingel ein klarer bei der Z-Rookie das ist wie du ein Ein-Liner und er hat nicht zu verlieren Hey Hellfire, ist das stimmt mit dir und Sam? Was stimmt? Du hast es in der Helikopter während du mit Harpies gegen Beijing nicht so dumm, Rodriguez Hey, das ist nur was ich gehört Es gab keine Harpies in Beijing, du Mörder. Du glaubst alles, was du sagst? Sorry, sorry. Ja, das Seitwärtslaufen, was du mir mal erklärt hast, ist echt Gold wert. Ich musste vorhin sogar schon die Lautstärke, als du normal gesprochen hast, regulieren. Also jedenfalls vom Spiel, sonst hätte ich dich nicht gehört. Das ist ja merkwürdig. Ja. Warte mal, ich gucke mal auf meinen... Was? Ausgezeichnet. Ja, super. Ah, hier hinten ist so ein Helm versteckt. Schlüssel habe ich gefunden. Boah, dann kommen wir bestimmt in diesen Raum da. Oh. Ja! Ich war im Gebäude, bin jetzt aber wieder runtergesprungen. Ich komme mal in deine Richtung. Das ist schon sehr billig gemacht, wie das Gebäude aussieht. Ja, das hat mich so an Doom oder so erinnert. Ja, an die ganz Alten. So ein paar Texturen an die Wand klatschen können. Geh mal kurz hinten gucken, ob dieser Raum aufgeht mit dem neuen Schlüssel. Hm. So, hier kommen wir. Nee. Ach, da haben wir auch schon alles rausgeholt. Eieiei, na gut. Stimmt, aber es müssen doch irgendwann nur Tore sein, die wir nicht aufgemacht haben. Ja, ich denke mal, was... Oh. Hi, hier. Ah, ich komme mal zu dir. Ja. Oh, der kann sogar schnell laufen mit Shift. Ja, habe ich das vermisst. Aber, Alter, wie schnell. Ja. Ich glaube, wir müssen eigentlich da lang rechts, aber hier geht es auch rein. Und das ist vielleicht das, was man mit dem Schlüssel aufgemacht hat. Hm. Das sieht aus, nur wie eine Arena. Oh, ja. Oh, ja, hier gibt es eine neue Waffe, oder was? Ja. Alter. Nee, das ist der Blut, denn. Bacon set. Bacon. Bacon? I shouldn't have skipped breakfast. Alter, deine vier Arme, ey. Komischen grünen Ball. Hm. Ist das ein Wizard-Lizard-Lizard oder ein Lizard-Wizard? See you later, Magic-Gator. Alter, wie die so vor einfach zerplatzen, ey. Ja. Also echt. Ach, du heilige Maune. Oh, ich weiß nicht. 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 Alter. die gehen ganz schön ab die dinge auf jeden fall nebenmission die kümmer eigentlich auch machen oder ja gerne lauen sind ja immer die neben glaube ich die genau die gelben die haupt oder kommt man jetzt gar nicht mehr durch oder was zum kurs zum portal alter das ist aber auch eine geschwindigkeit wenn der läuft dann aber heftig heftig war der schluss ab und zu legt er in der gegend auch noch mal munition rum also ja hab ich auch gemerkt wo man glück hat lassen wir mal über irgendwas so Läcker, läcker. Ja, ich bin hier rein und dann ist er mit seinen Hörnern gegen die Wand gerannt. Ja, ich bin hier rein. Alter, wieder mit dem Bomben hinter mir, der gelaufen ist. Die Vampire sind hier auch unterwegs. Oh ja, ist alles unterwegs. Oh, so eine Endzeitmusik. Oh, lady Vampire, die gehen mir auf den Sack hier. Wow, ich hab kaum noch, also ich hab keine Munition mehr. Oh. Äh, hier wo ich stehe, äh, da unten war irgendwie Munition. Ah, Respawn. Alter, voll die kaputten, ey. So, den haben wir auch erledigt. Ich hab einen Granatwerferaufsatz bekommen. Oh ja, nice. Gesundheit voll. Ich frau mich, wie man den benutzt. Äh, rechte Maustaste. Ah ja, das heißt also, man kann nicht mehr zielen, oder was? Ich weiß gar nicht, ob das ging das mit dem Ding überhaupt, ja, ne? Ja. Ja. So, das ist doch nice. Kann man also die Nebenmissionen, sollte man machen. Ja. Stimmt, es lohnt sich immer. Also, ist ja echt genial. Da ist noch ein Vampir. Ja. Oh. Oh, das ist mir. Ach, für meine Güte. Das muss ich ja mal ein bisschen weglaufen und hoffen, dass ich hier was finde. Alter, der hat mich erwischt, aber Respawn. Der Respawn wird immer länger. Nein, ich hab keine Muni. Oh. Das muss ich ja mal ein bisschen weglaufen, aber ich kann nicht mehr 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 weglaufen, aber ich kann